Dann eines Sonntags kamen ihr die Phantome in den Kopf, Trinkbänke, der Schwarze Bach, der Sturz in den goldenen Kanal, die ganze durchnässte Ausrüstung, dann er, als er ihr hochgeholfen hatte, die Riemen aus dem Wasser zog, sie noch einmal davon tranken, im seichteren Teil des Kanals ein Elchgeweih fanden, es herauszogen, er sich erinnerte einmal mit der Bahn gefahren zu sein durch den Norden, dann sei die Bahn langsamer geworden, weil ein Elch auf den Gleisen stand, doch dieser Elch stand nun nicht auf den Gleisen, sondern im Wasser. Nicht einmal der Alarm riss sie aus den Phantomerinnerungen. Es ging einfach weiter, sie zog an dem Elchgeweih und der Elch hob seinen Kopf aus dem Wasser. Alles übertünchte den Alarm. Sie standen vor dem Bild und betrachteten den goldenen Kanal und den Elch, den schwarzen Bach. Und er erinnerte sich an noch ganz andere Dinge. Als er den Alarm unten gehört hatte, als sie beide noch stationär gewesen waren, der Alarm eine andere Bedeutung hatte. Keine Gesteinsbrocken, die durchs Weltall flogen und vielleicht die Außenhaut berührten, so wie jetzt. Es war der Alarm von Bränden und Kriegen. Doch daran wollte er sich nicht erinnern und gab sich wieder den Phantomen hin. Lange schon standen sie vor einem anderen Bild. Wie hatte der Künstler geheißen vorher derjenige, der den du nachgesehen hattest auf deinem Nagel? Irgendetwas mit N? Es war so schön, im Gefängnis dieser Phantome zu sitzen. Sich von den Phantomen hinter Gitter stecken zu lassen und darin etwas beschützt durchs Weltall zu reisen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.